Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit meiner Schwester. Hallo Leute. Ist jetzt schon zu früh hallo gebrüllt? Entschuldigung. Achso, ihr seht bestimmt was ist hier passiert. Lana und ich, also meine Schwester, Lana, Nikolai, ich und Lana, Bruder und Schwester, wie ihr wollt, haben hier ein bisschen gearbeitet, also ein bisschen gearbeitet, Räume gemacht. Lana ist schon umgezogen. Ja. Ich sage jetzt einfach Lana, es ist ja auch wurscht. Sie ist umgezogen, jetzt wohnt sie hier, ich muss kurz noch mein Bett aufsuchen, dann gehe ich auch schlafen. Und jaaa. Wie ihr sehen könnt, haben wir da zwei Bäume eingepflanzt. Ja, das habe ich schon gemacht in der letzten Woche. Einfach wir haben die Bäume sind gewachsen. Und wir haben hier auch so einen Weg gemacht zum Verbinden, dass wir nicht immer rüberschwemmen müssen. Und ja, wir haben den Weg gebaut, die Bäume haben wir umgepflanzt. Mhm. Also mehr oder weniger umgepflanzt. Sie haben sie ein, zwei darüber getan. Ich hoffe nur, dass das jetzt besser funktioniert. Und nein. Was ist? Oh, das ist ein großer Baum gewachsen. Wo? Ich hasse die von meinem Haus. Ich hasse die großen Bäume. Ja. Mit ihren doofen Ästen. Das ist so kompliziert. Ich gehe jetzt mal etwas Zuckerrohr ein. Ich gehe jetzt raus. So nehmen. Wo das halt gar nicht so rot ist. Ja? Ich tue jetzt an meinem Wege etwas Zuckerrohr einpflanzen. Genau. So wie nicht. Ja. Ich schaue bestimmt schon. Ich schaffe ein paar von Savison jetzt nicht. Das ist hier. Aber ja. Ich nehme sie gerade. Weil sonst sind dann nicht so gut. Wir haben hier so ein paar Blättchen noch mitgenommen. Wow. Und da haben gerade alle mit. Ne. So viel brauche ich jetzt auch nicht. Echt? Ich brauche überhaupt keine Blätthauber. Du wolltest doch mal einen unechten Baum machen. Von der Idee bin ich abgekommen. Das ist zu kompliziert. Also kompliziert ist es nicht. Ich habe auch keinen Bock da Erde zu platzieren. Und da verwende ich nur einen Part. Minecraft. Ja. So ich habe jetzt. Ich hole jetzt gerade noch ein bisschen mehr Holz. Für die Raumeinrichtungen. Vom Haus meiner Schwester. Oder von Lana. Ja. Ah. Darum geht es plötzlich so langsam. Meine Achse ist kaputt gegangen. Aber geil. Das Zuckerrohr nicht bis ganz am Boden runterhauen. Gell? Rote Härte ist ja eh wieder verwenden. Ist okay. Sonst sollte es innen von das Zuckerrohr nicht ganz runterhauen. Ich weiß. Damit es schön nachwächst. Ich weiß. Soll ich Zuckerrohr am Weg pflanzen? Wo du gerade am laufen bist? Wenn du willst, dann mal über Rocky Beach schauen. Ich sehe dich gar nicht. Wirklich? Ich bin hier gerade auf den Stein. Ah doch. Jetzt habe ich dich gerade gesehen. Wo soll ich denn jetzt? Zuckerrohr muss man übrigens immer am Wasser pflanzen. Sonst kann es nicht wachsen. Ja. So ein Sonnenuntergangraum. Ja. Danke fürs Holz. Ah. Sonnenuntergang. Oh yeah. Ehm. Ehm. Hast du vielleicht etwas Erde? Ehm. Genug. Fast ein Stack. Kannst du mir ein bisschen Erde leiden? Hier liegt vor mir. Oh du lägst bei mir. Schau mal wie du laufst. Ja. Wo liegt die Erde? Ich sehe keine Erde. Hier. Bei mir liegt keine Erde. Hier. Ja genau da. Noch ein Stück. Bist du ins Wasser? Hä? Ach hier. Jetzt habe ich es gesehen. Danke. Oh ja 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 ja. Was dann? Bei mir liegt. Bei mir liegt. Bei mir liegt man bei mir. Weil ich sehe das nicht mehr was dahinter ist. Ach irgendwie. Ach doch. Etwas Ton liegt. Wie? Ton auf deinem iPad. Das funktioniert eben nicht. Ich kann es laut stellen. Ich kann auch den Computer ganz laut stellen. Das hilft nicht. Okay. Jetzt muss ich kurz ausgucken. Du musst ja auf meinem iPad bauen. Nein habe ich nicht. Es läuft. Okay. So also. Als ihr euch fragt was ich hier gerade machen möchte. Ich möchte jetzt hier. So vor meinem Haus möchte ich so eine kleine Zuckerrohr. Plantage. Ja. Beim Plantage bauen. Plantage. Muss ich etwas raus. So. Wir tun gerade hier das Wasser schön importieren. Impotieren. 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 Oh wie schön. Fäger. Warum ja einfach nur die Samen ab. Ist aber mit der Landwirtschaft. Kannst du uns schon ein bisschen weiterhängen. Weiterhängen. Hier gibt es hier auch noch ein, zwei. Wir nehmen jetzt noch zwei, drei Stücke Erde hier aus dem Boden. Und dann kloppen. Ich. 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 Huah. So. Jetzt sind wir hier schon. Oh ich habe mehr als zwei, drei Stücke Erde. Aber ich habe noch ein bisschen. Das ist hart zu gehen. So. Jetzt habe ich noch ein paar Samen. Fünf. Und ich habe so ein Beethoof. Cool. Wenn ich mal ein bisschen was anfflanzen. So. Dann werden wir mal kurz ein bisschen auf Samenjagd gehen, sage ich mal. Am besten ohne Nasschaufen. Mit Blättern. So. Hier. Maust du Blättern? Nein. Okay. Ich bin aber gerade auf Samenjagd. Nee, ich bin hier nicht zu, Mau. Genau. Meinst du, du meinst nicht Samen, du meinst Saplings. Samen. Weizensamen. Aha. Wenn man Gas kaputt schlägt, dann kommen die Leute voraus. Aha. Ich habe gemeint Baumsamen, die heißen Saplings. Nee, nee. Keine Baumsamen. Ah, ich habe ja noch Beethoofen. Was ist ja noch Beethoven? Nicht Beethoven. Aha. Du hast ja noch Beethoven verstanden. Ich habe noch Beethoofen. Zwiebel. So, jetzt tue ich hier etwas Zuckerrohr einpflanzen. Oh. Ihr guckt mal. Meine Plantage sieht jetzt gerade nicht so schön aus. Aber man muss... Sieht gut aus. So. 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 Es reicht genau für zwei Linien. Was wir machen könnten nicht so. Wo bist du? Aha, da vorne bist du. Ja, ich hab grad ein bisschen den Boden um. Vielleicht finden wir ein paar Samen. Ich möchte schon gerne möglichst viel ausreizen mit meiner Weizenfarm. Ich muss mich langsam anfangen vorzubereiten. Sieht das blöd aus? Im Part 14 muss man sich schon langsam vorbereiten für den Krieg gegen die Zombies. Ich geh noch etwas Eisen suchen. Gut, gut, Eisen, Eisen, Eisen. Es wird gerade Nacht. Wir machen jetzt in 6 Paar mit einem Zombies an. Wir machen jetzt hier richtig heiß und wir werden nicht schlafen gehen. Das heißt, wir können schön Salz ankassieren und Boden mit Pfeil und so Salz machen. Ich hab noch etwas Holz. Ich hab 3 Holz und Blätter. Die Blätter lege ich oben in meine Trühe. Ich hab gerade bis in mein Haus gegangen. Ne, ich bin in meinem Haus. Und die Settlings hab ich auch reingelegt. So, so, so. So. Ich hab nur noch Pick Eggs und Pastilles drin. So, so. Kommst du? So, schon. Wenn du willst, kannst du auch dein Bett bei mir hinstellen, geil? Ja, ich geh schon in mein Bett schlafen. Ich bin jetzt am Schlafen. Ich, ich war nicht. Ich bin schon am Schlafen. So, wir machen weiter. Ich war dann so am schönen Bücherregal, dass wir im letzten Pfad erstellt haben. Oh, hier ist Wolle. Ich hab mich da reingetan. Ich hab mich da reingetan. Hi. 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 Ein Crafting Table habe ich mal. Wie ihr gerade gesehen habt, ich hab nur, also ich hab nur eine Brust. Warte, ich bin hier. Ich hab nur eine Brust und ähm. Ein Brusthaar nicht und eine Hose. Ja. So. Ich mach, ich beginne schon mal mit dem Bau des Kellers. Ja, mein Bruder möchte eh ein Haus. Ein Keller bauen. Genau. So. Damit ich kann besser einlagern unsere Sachen. Gucken. Ah ja, zwei Minuten kann man machen. Wie viele Minuten haben wir schon? Wir haben schon elf Minuten. Hm. Oder stimmt's? Ja. Okay. Ich hab grad schon mal etwas Spitzhacken gemacht, aber bald wird hier wahrscheinlich auch Stein, Geröll und so Sachen kommen. Stein, Geröll und so Sachen kommen. Ich werd den Keller jetzt ein, ein, zwei Stufen tiefer machen. Also der wird nicht mehr unter unserem Haus direkt sein. Und es sollte eigentlich kein Puls, sollte eigentlich nichts zu sein. Ich brauch etwas Holz. Ich werd hier noch schön... Ich werd hier noch schön... ...holz und so reinbauen. Ich muss das erstmal ausheben. Oh, guck ich hab eins gefunden. Ah gut. Nimm's doch mit. Was man nicht alles beim Kellerbau findet, ne? Mhm. Wie viel hast du gefunden? Zwei. Oh, schade. Also... Na gut, das ist mehr als... Besser als gar nichts, ne? Mhm. Ah, Mann, ne. Ich hab nicht die Stufen schauen. Einmal... Leute, hab ich so ein Netzplay gemacht. Also haben wir... Es war kein Netzplay. Wir haben ein Survival gestartet. Ja, wir haben ein Survival gestartet. Also da hatten wir beide eine Diamantrüstung. Also ich hatte einen, aber mein Bruder noch nicht. Und ich hab an einem Nachmittag, wo er nicht zu Hause war, hab ich einen ganzen Steak voll Eisen und ganz viel Dias gesammelt. Okay, Leute. Zum Abschluss der Folge noch eine Geschichte von meiner Schwester. Die stimmt, aber die wird wohl leider gelöscht. Ja. Also... Das war jetzt... Was wir in Ordnung noch nicht machen? Ich muss doch schnell in meinen Ofen, muss ich noch schnell Holz reinhauen. Für Holzkohle. Aber wir haben gleich keine Zeit mehr, noch zwei Minuten. Ich werde jetzt mal rüber zu dir gehen und dann mach ich dort Schluss. Das ist doch Kohle schon mal in den Ofen. Ich steck mal alles rein, was ich habe. Ach so. Und im nächsten Part sehen wir, wie werden wir unser Keller design und so weiter. Das war's von dieser Folge Minecraft. Tschüss. Tschüss.